Guten Morgen, guten Morgen. Ausgeschlafen? Sieht aber noch nicht so aus. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Erstmal, dass ich so früh schon beim Malibien-Schiff live bin. Könnt ihr trinken? Könnt ihr nehmen? Hau rein! Guten Morgen, guten Morgen. So, jetzt geht die Fahrt los. Heute ist ein richtig tolles Wetter. Heute haben wir richtig schöne Wetter. Heute ist auch das Meer richtig schön glatt. Ich freue mich einmal in der Woche wirklich mitzufahren, weil das ist auch für mich richtig Ruhe, richtig Spaß, für mich auch Urlaub. Herzlich willkommen. Wirklich schöne Wetter, Freunde. Wir sind hier gerade noch in Mann auf Gart. Vom Fluss von Mann auf Gart geht die Fahrt los. Die letzten Gäste steigen jetzt auch ein. Wir sind gerade mit unserem Bus angekommen. Aber wir haben nicht nur Demos, wir haben auch so kleine, ne? Also das sind verschiedene Büsse. Wir haben auch so kleine, große. Schön, ja. Richtig netten, coole Gäste heute wieder dabei. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Herr Hüseyin. Freunde, merkt euch das Gesicht. Hallo, ich liebe euch. Wenn ihr ihn seht, er hat immer Malediven-Schiff in der Tasche für euch. Und auch die liebe Müjjan hat auch immer ein Malediven-Schiff-Ticket für euch dabei. So, die letzten Passagiere. Heute Leonardo DiCaprio. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Stop, stop, einmal Ausweiskontrolle, bitte. Fahrschein. Hast du dabei? Jawohl, doch, Mann, bitte schön. Wo ist das, mein Bruder? So, Freunde, nochmal. Kann man hier auch sitzen. Opa, nochmal kann man hier auch sitzen, aber wir machen so, dass es hier ganz leer ist, weil wer es dann ruhig haben will nachher oben, kann dann hier runter. Und hier ist auch das Restaurantbereich. Hier ist immer, egal bei welcher Fahrt, ist hier leer. Außer bei Mittagzeit, dann kommen sie runter. Aber wir knallen nicht hier alles voll und so. Das ist zur Not, wer das doch nochmal ruhig haben will. Hier sind die WCs. Wollen wir runtergehen? WCs? Ja? Sind die WCs auf dem Schiff? Die in Beläden. Das sind die Männer. So sieht es aus. Jetzt gehen wir mal hoch. Ich kenne dich da, gelö. Herzlich willkommen, 10 Tage, 15 Tage. Schön, dass du dich da bist. So, und dann sieht es so aus, Freunde. Dann hat man Platz. Zum Beispiel auch, wenn man zu zweit, zu viert ist, kann man auch alleine sitzen. Mit Familie halt, ne? Zu zweit zum Beispiel. Wir haben einen speziellen DJ hier. Und das Boot passt eigentlich 400 Gäste rein. Das heißt, da sitzt hier zum Beispiel zwei. Da würden normal 10, 15 Gäste hinpassen können. Ja, Beispiel jetzt. Aber wir machen das so, dass da jeder Familie so, nicht immer, manchmal ist natürlich, dass zwei Familien zusammensitzen, wenn es so klein ist. Aber meistens ist das so, dass man schon mit Familie allein sitzen kann, ja. Und dann geht es auch nur bis 15 Uhr. Aber natürlich, das hier ist extra so Süßigkeiten und so. Hallo, hier ist Fototeam, gibt es hier auch. Wir machen Bilder mit Foto. Mit Fotoapparat. Das ist die erste Etage gewesen, also die zweite. Hier sind wir jetzt oben auf dem Schiff. Hier ist auch wieder eigentlich das gleiche in grün, nur ein bisschen kleinere VIP-Lotion. Ja. Jetzt sind die Gäste alle gespannt, was sie erwartet heute. Wir fahren gemeinsam den Fluss hier hinaus. Hallo, guten Morgen. Oh ja, eine Erwentschrift hier. In der Palme, schau mal. Und dann sind wir hier oben auf der besonderen Station. Ja, hier ist es dann halt so. Das ist mein. Ein wenig, also hier hat man auch gar keine Musik später. Egal, was unten an Schaumparty ist und am Action ist und so. Dann ist hier Sand drin, weil wenn das ein bisschen schaukeln würde, Beispiel, ist das nicht überschwemmend. Auch aus hygienischen Gründen wollen wir nicht voll mit Wasser machen. Das wäre dann halt nicht so hygienisch, wenn drei Kinder da drin waren und dann jemand da reingeht. Ja, und dann der Sand ist schön. Morgens immer gerade gemacht, ganz fein. Und für Fotos ist das hier wirklich unglaublich, unglaublich schöner Platz. Und wir sind gleich mitten auf dem Meer, mitten wie auf einer Insel hier. Ich lege mich auch voll gerne neben der Palme auf dem Boden. Ich werde heute sicherlich viele schöne Fotos machen. Ja, ich nehme euch heute ein bisschen mit auf die Tour. Ich muss mich jetzt auch um die Gäste kümmern, Begrüßungen, ein bisschen Informationen geben. Und dann fahren wir jetzt gleich den Fluss von Manavgat hier raus. Richtig schön durch die Natur bis zur Flussmündung dort und dann Richtung Sida. Unterwegs haben wir zwei Beidepausen. Wir fahren für die Kinder, die dürfen mitfahren hinten drauf, kostenlos Jetski. Dann Schaumparty, dann singen wir, dann tanzen wir türkisch, dann machen wir Spiele für die Kinder. Ja, und das Schöne ist, wer Ruhe möchte, ist einfach hier oben und hat wirklich gechillte Ruhe. Wisst ihr, was für ein schöner Wind hier weht gerade? Richtig schön, wie eine Klimaanlage kommt das Wasser. Also das kühle Wasser ist wie eine Klimaanlage gerade. Vorhin ist das Jador Hotel, Jador. Da neben ist das Rio Lavitas. Guten Morgen, guten Morgen, alle zusammen. Guten Morgen, guten Morgen. Düt, düt, wir hupen. Die Titanic fährt jetzt gleich los. So, ja, ich muss jetzt die Gäste informieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns wieder nach der Werbung. Ciao, ciao. Mustafa, darf ich dir mal ein Foto machen? Ja, klar.